Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Ich habe über meinem Bett einen Spiegel angebracht, damit mein Spiegelbild mir meinen Schlaf bewacht. Die Sterne schreiten meinen Namen in das Firmament, damit er hell in euren Augen brennt. Also kennt's euch aus? Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? Was macht er denn? Was rett er denn? Wer glaubt das eigentlich? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.